Liegestütze Oberkörper ganz gerade halten Die Beide leicht auseinanderstellen. Die Hände in einer vertikalen Linie mit den Schultern ausrichten. Durch versetzende Hände verlagert sich die Laspe ans Bruchum auf die vorderen Seiten der Schultermuskulatur. Arm leicht gebeugt Hinunterbeugen, bis die Brust den Boden leicht berührt und in die Ausgangsposition zurückkehren.